hast du nicht die antwort counter-strike global offensive zusammen im niklas ist schon eine sehr lange zeit hier das wir noch mal zusammengespielt habe da dachte man uns immer mal beide auf und dann kann sich jeder mal angucken also aus zwei sichten halten ja wir hätten wir können uns auf einem video schneiden aber auch gleich zwei aber dann siehst du dann ist halt zwei bilder auf einmal zwei bilder auf einmal und ich werde wieder was geil angerufen was ist björn du stockst die ganze zeit so hatte ich irgendwas getötet ja irgendwie schon alter ich will die ganze zeit mit t nachladen weil ich so an overwatch bin er und das wollen wird hier richtig zugeklemmt das macht gar keinen spaß der voll der müll fack ich hab den baumtypen für den grünen laber ich dachte ich kann ich kann wenn es sich von björn konzentriert sich übelst hart ich kann nichts machen wieso nicht aufgelegt blöd man endlich ich kann nicht ablehnen das wäre ich auf dem spiel rausgetappt das wollte ich nicht da warst du niklas ja danke so ich habe gedacht du spielst gerade nicht doch spiel die ganze zeit oder du kannst gerade nicht spielen ich konnte nicht schießen weil der maus zeige halt wenn ich den drei hier draufgelegt aber mir jetzt gerade eben auch um das macht doch gar keinen spaß alter ich komme nicht aus meinem scheiß sport ist worden aus jetzt geht auch abjörn wir weg da auf hat jetzt auch einer von der jockey hat mich gemessert er hat er nicht erfolgt schon beschlagen es macht ja ich gar keinen spaß komme ich bin der beste aus meinem und ich bin aber bei der zweiten waffe die dritte waffe aua du wurdest von einem bot getötet alter was mit dir denn los wenn der sporn der projekte schuss protection hat ach schau ey ne 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 voll gemein also mal so ein kack wenn ich mit dir zocke dass dann die ganzen oberpros dabei sind weißt du und ich bin auch genau die ganzen bots dabei hey gemeinem ja schuld mir ans folgen war das eigentlich deine waffe die du hattest oder war noch was ich glaube wenn ich rausgehe hinter unserem sport camp germany alter deutschland scheiße deutschland hat er uns rei deutschlands hat uns alle abgemetzelt oh da ist in den fuß geschossen so muss laufen noch ein ich kenne die ganze zeit denselben hey lol wo kam der denn her ey björn jetzt gehen wir von unserem spawnen weg das ist doch scheiße ich hab mich verirrt ich spawn einfach direkt vor dem gegner das macht ja spaß ich bin nicht mehr der führende von unserem team machst du wohl irgendwas falsch ich war die ganze zeit der führende nein da ist ein shotgun haha haha holt sich aber jemand der hat auch ne shotgun ey warum haben denn jetzt schon alle shotgun ey mein gott die campen die ganze zeit vor unserem spawn was machen die denn geht mal weg da das nervt und versagt denen dass du auch durch den Thog habe ich leider aus Schade kann ich dir nicht sagen Björn erzähl du das mal deinen teamkameraden aha höhö höhö find ich jetzt dich ja mit der scheiß sniper scheiß Camper oh nöööööööäh gehst du mir richtig auf die hatten Aua! Ey guck mal, da töte ich einen von euch und dann kommt da direkt ein neuer an! Wir spawnen hier auch nix, wir haben den selben spawnen. Alter, ich stehe direkt hinter dem und ich treffe den einfach nicht. So geht doch. Oh, ich bin auch mal bei der Shotgun angekommen, ist ja mal was neues. Mann! Warum wusstest du, dass ich da komme? Ich laufe dir die ganze Zeit hinterher, weil ich dich ab und mit einer Shotgun killen will. Und dann... Ich snipe euch jetzt alle mit meiner Shotgun weg von hier oben. Autsch, Autsch, Autsch! Autsch, Autsch! Autsch! Ah, läuft jetzt so weit. Ey, das ist so ein Müll. Das ist so ein Kackmüll, wieso kann das nicht einfach wie ein COD sein? Das wäre viel besser! Dann würde das gleich, dann würde das Game viel mehr Spaß machen gleich, ne? Jo... Wäre das einfach wie COD, aber nein, es muss ja natürlich Counter-Strike. Äh! Äh! Jawohl, guck mal! Ach, das ist ne Auto-Shotgun, warum... Erzählt mir das denn keiner, dann hätte ich schon viel mehr meinen... Button gespampt. Gespampt. Ich finde keine Gegner mehr, die finden alle nur noch mich. Wah! Geht doch. Soll ich nur noch einen wecken. Mann, ich hab dich nicht mal gekillt. Achso. Ja, okay. Da oben gab es den Snack. Ach, Björn, du hast das Messer, das freut mich. Ich auch. Aber warte! Das ist einer von mir, den ich da abballer. Geil! Ich bin Teamführender. Von wo wäre ich abgeschossen? Da. Oh, dieser Typ, der die ganze Zeit an unserem Spawn-Camp, der hat jetzt auch grad das goldene Messer bekommen. Okay, wir hängen noch ne Runde hinten dran, denk ich. Weil es so viel Spaß macht. Warum? Nein, weil es gar keinen Spaß macht. Soll. Guck mal, 806er Ping bei dir. Was ist das für ein Ping? 806er hat er eine bei dir. Bei mir hat er ach... Ja. Achso. Yo, yo. 806, yo. Guck mal, ich hab nen Waffenskin bekommen. Mein zweiter. Wow. Cool. Wow. Bis jetzt Level 3? Ja. Dann können wir jetzt ja bald mal hier so ein bisschen... Ich glaub, aber das will ich nicht. Ich gelose ja jetzt schon total ab in deiner scheiß Liga. Ja, wir spielen ja an deiner. Äh. Äh. Achso, dann spielen wir an meiner. Ja, gut. Ja, gut. Aber zock mir dann zusammen, oder kann man dann auch zwei Teams wählen? Ne, wir müssen dann zählen an einem Team. Okay, gut. Ja, ich will ja auch gut hochkommen, ne? Und Björn pusht sich natürlich selber. Äh, wo bist du reingegangen? Ich geh wieder Anti-Terror, ne? Ja. Mein Lieblings-Map. Ich mein' ich mag das Spiel so gerne, da muss man da ja wenigstens eine Lieblings-Map haben. Geht's eigentlich schon direkt los? Ne. Zwei. Eins. Die Runde geht los. Macht ja so viel Spaß. Okay, drei, zwei, eins und... Go! Yay. 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 Ich bin mein absolutes Lieblings-Spiel und ich sterb schon wieder direkt. Er ist tot. Lass mich in Frieden da hinten. What the fuck? Als ob der mich noch getroffen hat. Ach genau, man sieht hier ja gar kein Replay. Ich wollte jetzt eigentlich mir ein Replay angucken, weil ich bin so übelst an Overwatch gewöhnt. Ne? Das kann man auch eigentlich manchmal irgendwie so. Da kannst du ja nicht anschauen. Muss irgendwas drücken. Keine Ahnung. So. Es gibt ja auch äh, wie heißt es bei LOL kann man äh, also ein Lieblings-Spiel natürlich Björn. Ne. Bei LOL kann man ja auch äh, sowas angeben, dass du da... Ja. Genau das. Wenn du ein Replay angucken kannst. Also in meiner Liga funktioniert das immer. Einfach Spawn kämpfen. Aber in deiner Liga funktioniert das leider nicht so gut. Das ist einfach Spawn... Ja genau. Ich hasse, dass ich Spawn und bin direkt tot. Weil du kannst ja nicht mal weglaufen oder so, weil du einfach so hart geslowt wirst. Oh Björn, da ist einer. Da ist ein Björn von uns. Ich hab denen aber ein Headshot gegeben, hat man so gehört. So klack. Hast du schon die Waffen-Sounds gehört, dass die komplett anders anhören? Ja, der macht ins blub blub blub. Man schaut, piu piu. Das ist witziger. Ich hasse das. Ey, weißt du, dass ich hasse diese Leute ja... Ja. Hab ich dich überhaupt getroffen? Ja, ne? Ich hab zwei... Du hast 2,80 in 3 hast du. Aber auf jeden Fall nicht mehr viele leben. Loll, ich hab einfach gegen den Scheiß... Hä, der hat... der hat... Was ist mit dem denn los? Der hat mich nicht mal angeguckt. Und hat mich aber gekillt. Ja, ich stand hinten. Der hat den letzten Fuß gemacht. Hab den ganzen Schuss aufgedrückt. Ja, genau. Ich hasse, dass diese Leute, die auf der Treppe campen, die gehen mir immer am meisten auf den Sack, ne? Er campt auch auf den Sack. Ah, ne, leck mich. Du bist einmal angeschossen, dann ist das eigentlich schon dein Todes... Oh, leck mich. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht einfach... Geh mir einfach nicht auf den Sack. Ich hab nicht mehr gesehen, dass du so bist. Ich hab einmal geschossen. Mach was. Alter, ich hab grad die beschissen... Die Waffe mit dem übelsten Streuen, ne? Also, die streut so hart. Wie soll ich damit jemanden töten? Ich will bei der zweiten Waffe... Nach... Nach über zwei Wochen. Ja, zuerst go und es läuft. Nochmal bitte, Björn. Du bist erst wieder nach... Nach zehn Wochen... Nach zwei Wochen wieder. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Egal wo ich hingehe, immer sterb ich direkt. Und da viele Leute von dir auch, das hier. Der eine macht grad Spawncamper. Hat Spawncamper gemacht. Ja, bei mir campen alle nur an einem Spawn. Ich komm ja nicht mal in die Nähe des Hauses. Ohne zu sterben. Das ist ja mein Problem. Ja, genau. Da... Gammeln einfach zwei bei der Treppe. Ey, ich hasse das. Die wollen ihn nicht lassen. Guck mal hier, diese Leute, die einfach nichts können außer campen, ne? Wo werd ich abgeschossen? Ja lol, wo kam der denn her? Nur zum Hinweis, ich bin einfach immer noch bei meiner zweiten Waffe, ne? Bei der zweiten, ja. Vercamp mich jetzt auch mal hier in der Ecke. Mal gucken, vielleicht läuft einer an mir vorbei. Oder er nicht. Ah, scheiße. Ja, war ich ja gerade. Sehr spannend, gerade bei mir. Hm. Leute, guckt euch lieber nicht mein Video an. Meins ist total langweich. Ich bin sowieso nur Dauer am Sterben. Komm, ich will nur einen Kill haben. Good shot. Ja, ich hab... Ich hab... Einmal spawned, capped nen Dreckenkill. Aber dann bin ich noch Dreck gestorben. Ich hasse, dass diese Leute hinten bei der Rutsche stehen und dann... Man sieht dann nur den Kopf von denen und man trifft den einfach nicht, weil der so klein ist. So wenig. Das hasse ich, Alter. Weil du kaum was von denen dann siehst. Aua. Aua. Sterb, Jan! Ne, Necif, das ist sehr unwahrscheinlich. Alter, guck mal, ich treff einfach nicht. Die, die One-Shotten mich immer und ich die gar nicht. bei mir steht ich hab dich mit einer faust oder gewonnen hätte keine ahnung ihr weg mit einer shotgun ich will dich nicht guck mal ich bin der schlechteste ich bin bei waffe 4 ach geil ich bin bei waffe 5 geht aber schnell voran ich bin schon mal im moment bin ich ja die ganze zeit an meinem spawn und warte bis ihr hier rüberkommt es funktioniert eigentlich ganz gut aus das kommt natürlich keiner ach da hinten ach du scheiße das war ich mit meinem schönen ziel nein hab ich nicht gesehen hab ich nicht gesehen jetzt kommt aber gar keiner mehr ist ja langweilig da hinten kommt einer ich sehe ihn du hast das geht ja durch da 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 eh lol und wo snipet er mich denn bitte jörn geh weg weg aua ja jetzt hab ich eine shotgun jetzt muss ich da reinlaufen alter von wo snipet von wo ey ich sehe die nicht mal und ich sterbe von denen ne weil die so campen dass die Alter der eine hat mich aus dem haus geschossen was hat er dich aus dem haus geschossen ja jolo alter ich sterbe weil ich mich da weil der jemand anderen abschießt und ich mich vor den gestellt habe äh hey der schießt mich mal aus dem haus wie mach das was macht der schießt der durch die wand oder wie immer ne 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 mich schießt der aus dem haus na gut na warte doch da warst du ach du warst du warst du warst das ich lol ja okay er hat ne sniper zeig ich mir einen geilen snipen ha eingesnipet Da läuft was Björn, da läuft was, da läuft was hart Nein, was, 99 in 1, was, 99 in 1, das gibt es doch nicht Ja, ich hab dich gesniped Björn Von hier hinten hab ich dich gesniped, aber ich hab dich leider nicht getötet Du hast mich gesniped, aber nicht getötet Nein, du, ich hab dich, also ich hab dich gesniped Und danach bist du von dem anderen, der vor dir stand, gestorben Hab dich Oh, der eine hat das Messer Ist das einer von uns? Weiß ich gar nicht Hat einer von uns das Messer Björn? Ja, ihr seid doch blau Ja, ja, ich versteh das manchmal nicht Oh, ich hab den dann sogar echt noch eingeholt, wir sehen gleich auf Yo Jörn hat mich gekillt Ja, genau Ich bin jetzt bei den Scheißbüsten, da hab ich gar keine Lust Nein Kamerad, da warst du das gerade mit dem Messer, der da bei uns rumgegammelt hat Bei uns gammeln ein paar Leute mit dem Messer, guck mal, wie viele das Messer haben Nein Mäschel Ach, der von uns hat gewonnen Yo, das war eine schöne Runde Der da eigentlich, am Anfang war sie kacke, aber später hat sie dann noch Oh, okay Ruhig Ruhig, ja Bitte nicht ausrasten Ich hab ne Kiste bekommen, bringt mir nix, ich hab sowieso keinen Schlüssel Das war's Jo, das Genau, wir haben, mach du einfach die Abmonte Ich mach's einfach Ja, und was du heute so geschaut hast, bisschen über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich sehr freuen Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Video wieder Bis dahin, macht's gut Tschüss 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 Tschüss